Dann ist doch abgefurrt Dann steig ich einfach mit ein Ja genau, sag einfach nein, wir steigen dann schon mit ein Ja, ist drinne Ich bin auch Pilot Ich bin auch Pilot Ja, du bist Pilot im Hip-Up Nee, ich bin nicht Pilot, irgendeiner ist drinne Wer ist drin? LZ Dominic ist drinne Ah, fuck Schade Na, also ihr wisst schon, dass der nach dem Restart wieder da sein muss, ne? Sonst seid ihr gebannt, weil Helis nicht zerstört werden dürfen Ja, wir halten uns doch an Roleplay Wir sagen, dass wir nicht Eure Anforderungen nachkommen Ja, wir kommen eurer Aufforderung nicht nach Es war doch Roleplay, wer hat denn gesagt, dass wir euch nachkommen müssen? Nein, ganz hinten hockt Hugo drin, glaube ich Nimm den mit, ich will den eh noch erschießen, komm Okay Wir bringen ihn irgendwo hin, dann erschieß ich den Ach, hab ich jetzt den Hugo hier mit bei? Ja, du sprichst immer noch ingame Ja, dann Hugo hat, mal bitte raus aus der Safes und dann töten wir den Äh, ich den Boah, du musst aufpassen, dass ich hier nicht so weit fliege So, Hugo ist jetzt hier oben auf dem kleinen Berg gleich Ja, wir haben jetzt nen Guide Willst du den mal einfach raussteigen lassen, oder soll ich ihn rausschießen? Nein, ich töte den dann Ja, Dana will den killen, weil er hat ihm wahrscheinlich einen Rucksack äh, einen Falschen geklaut Ja, aber echt, das geht ja gar nicht, ne? So, dann bitte einmal raus Hugo, wir sind da Ja Hugo, bitte einmal raus Kann man die aus dem Fahrzeug ziehen? Nee Kann man irgendwie, nur wenn sie gefesselt sind, oder mal Hugo, du steigst jetzt aus oder ich töte dich, danke schön Du legst jetzt den Fallschirm wieder auf dem Boden oder du stirbst Ja Gefort So, fünf Vier Drei Ja 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 Gut, erledigehen So, was hat er denn dabei gehabt? Mein Fallschirm Braucht jemand von euch ein Night Vision? Nein, dann muss ich Ich pack's mal ein, GPS pack's auch mal ein Alles klar Fallschirm kannst du auch entpacken, wenn du magst Komm, pass Ja, den tauscht dann immer mit dem Rucksack, das geht ja nicht Ja, du kannst den Rucksack hier in den Heli schmeißen, dann kannst, also es ist kompliziert, aber Ach, du hast eh genug Falsch hier, mir die braucht kein Mensch Ich wollte eh mal wieder einen neuen Hubschraubern Das ist noch nicht passiert So, ich flieg dann mal in die Richtung, wie die LZ geflogen ist Oh, ich komm mit Gehen wir jetzt die LZ suchen, oder? Ja Ja, warum nicht? Finde ich noch einer ab? Ja Hör mal da vorne, LZ Arne, direkt vor uns, Orca Können wir ja mal unauffällig folgen Finde ja ganz unauffällig, hat ja kein Radar oder so Ja, dann hol uns mal einer Okay Prost Ey, wir spawnen hier eine Karre Was ist mit dem? Was ist mit ihm? Das wurde einfach eine Karre und ich stehe mitten im Koffer unten Ja Ich hab' auch noch mal einen Koffer Ich hab' auch noch mal einen Koffer Ja Machoni muss auch noch in die Gruppe rein, ne? Ja Machoni? Machoni ist doch gar nicht da Doch, Machoni ist grad in dem einen Heli, bei dir ist doch Machoni mit drin, oder nicht? Was? Machoni ist nicht im TS Ach Machoni ist Hulk 2K 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 Ich hab' ihn grad verlesen Machoni ist gar nicht da Monkey hast du vielleicht gelesen Monkey? Ja, das kann sein Ja, den hab' ich mich verlesen Ja Leute, ich hab' glaube ich den Dings gefunden Den Heli Okay Ne, Orca Black mit LZ Noch ein Orca Black mit LZ Oh doch, ich hab' ihn gefunden Was ist er denn? Mohawk Direkt über mir, schweben drei Stück in der Luft Ach, da oben Und dann Hast du was zu essen, Dana? Ja, ich müsste was haben Das ist gut Wenn du nicht wieder so geizig bist, würde ich gerne was dran spucken Bin Geldangeht geizig Ja, hast du's bekommen Dankeschön Geh' dich alles natürlich wieder, hoffe ich nochmal LZ Dominik ist losing connection Und er ist der Pilot von deinem Heli Das ist Banngrund, Leute